Das ist Sandy. Sie arbeitet gerade im Bereich Einkauf und darf heute ein Gespräch mit einem Lieferanten für Muffen führen. Offensichtlich hat es schon gleich eine Entscheidung gegeben und Sandy kann die ausgesuchte Muffe bestellen. Jetzt wünscht sich ihre Chefin, dass sie eine PowerPoint-Präsentation zur Preiskalkulation aktualisiert. Wie war das mit dem Listenpreis? Das Thema hatte Sandy doch kürzlich erst in der Berufsschule. Der Anruf kam aus der Personalabteilung. Sandys Unterstützung wird dringend benötigt. Hallo. Wie die Bewerbungsunterladung haben uns übrigens für die Erste entschieden. Ja. Schließlich kann sie sogar noch einem Bewerber für einen Ausbildungsplatz zusagen. Was für ein abwechslungsreicher Tag. Industriekauffrau bei Enso. Bewirb dich jetzt. близ Untertitelung des ZDF, 2020